So, das ist wieder bei Resident Evil 7, End of Zoe, weiter geht's, ich hoffe, ich habe jetzt endlich genug von dem Gegengift im Gepäck, um die gute aus der Tischdecke, meine Oma zu kriegen, die sie aktuell noch umschlingt, ich muss mit dem Gegenmittel männlich erkämpfen, aber ich denke, ich habe dem schleimigen Sascha beim letzten Mal gezeigt, wer der Chef im Sumpf ist und hoffe jetzt einfach mal, dass es ihr noch gut geht, ich meine, ich habe sie einfach auf die Couch gelegt, da hätte jederzeit ein Alligator reinkommen können und dann hier rumknabbern, aber alles noch dran. Zoe ist richtig, speichern mal ganz kurz, dann verabreichen wir das Zeug, oh hey, Tür ist zu, wer auch immer die zugemacht hat. What? Wer hat dich denn eingeladen? Was für den Kopf her? Habe ich es doch gesagt, du hättest nochmal drauf treten sollen, der hat sich das Ding einfach geholt und wieder aufgesetzt wie so ein Lego-Männchen. Na, klasse. Da hinterher. Jetzt will ich vielleicht nicht komplett aus den Augen flirren, nochmal den kompletten Sumpf absuchen müssen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich noch auf der Schulter von dem matschigen Michael da vorne. Oh, die Schleuse ist auf. Hey! Lass meine Familie ab, Lass! Ich glaube ja nicht, dass es hilft, wenn die Powerbombe schon nicht geholfen hat. What? Wusch! Tada! Plötzlich ist er weg, die heftige Nebelmaschine. Wenn ich dich finde, versprochen, dann kriegst du es. Wart auf mich. Geh nicht zu weit weg. Binde vielleicht eine Halskette mit einer Glocke dran um. Wird mir helfen. Oh Gott, der Typ ist echt hart im Nehmen. Kopf abreißen reicht einfach nicht. Ich hätte ihm vielleicht echt noch... Das ganze Ort ist in der Hölle. Wenn ich da echt noch in den Hals steißen soll. Oder irgendwie mit seinem Kopf Fußball spielen, ihn dann mitnehmen, in eine alte, orangen Kiste packen und seine Frau per Post schicken. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er ihn auf jeden Fall nicht wiederfindet und einfach wieder ranklickt. Er muss sich vorne sein. Je nachdem, was für dich vorne ist, ist er garantiert in irgendeine der Richtungen. Kann man sagen, es wäre zu einfach gewesen, wenn wir sie jetzt irgendwie einfach retten, retten können. Mit stolz geschwellter Brust reinkommen. Hey Zoe, schau mal, es piekt jetzt ein bisschen und dann löst sich hoffentlich diese hässliche Tischdecke von deinem Körper. Ich meine, ich fand es ziemlich eindrucksvoll, was wir da unter Deck bewiesen haben. Können uns fausttechnisch auf jeden Fall mit ihm messen. Und ich glaube, das müssen wir halt auch nochmal machen. Deswegen schauen wir vielleicht noch irgendwie Boxerpuppen. Aber am liebsten natürlich Champion-Voodoo-Puppen, die mir irgendwo im hohen Gras rumliegen. Ich glaube, jedes Prozentchen mehr Schaden, weil ich da habe, lohnt sich. Da noch eine Wade mitnehmen. Und den kleinen Hunger zwischendurch. Ich den Sack an Getier auf die Taste machen und einfach reingreifen und zubeißen, wenn ich mal ein bisschen Schaden nehme. Oh Gott, ich habe meinen Fuß angeschlagen. Gib mir vier Flusskrebse. Da, und zwei Käseräder. Nein, das ist die Skyrim-Methode. Die funktioniert hier wahrscheinlich nicht. Noch nichts. Ah, da können wir nochmal speichern. Habe ich erst gemacht? Brauche ich... Ah, wer weiß. Wer weiß, was da vorne auf mich wartet. Lieber mal zur Sicherheit. Ich weiß, es gibt Checkpoints, aber... Vielleicht renne ich wutentbrannt aus dem Zimmer, weil mir ein Alligator den kleinen Zeh abbeißt und ich mir denke, nee, heute nicht mehr. Hallo, Krebse. Willkommen in meinem Beutel. Ich bin ja schon lecker, aber ungekocht direkt aus dem Sumpf. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich reinbeißen wollte. Oh je, ich nehme mal den Sperr in die Hand. Sieht mir aus wie so eine Ambush-Ecke, wo irgendeiner dann aufgetaucht kommt plötzlich und das Bein abbeißen will. Oh. Ha. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber stimmt, den gab es ja auch. What? Vollgelaufenes, seltsames Ding. Da, dein großer Bruder, meine ich. Der könnte mir gefährlich werden. Bei dir bin ich mir nicht so wirklich sicher, außer dass du wahrscheinlich am Schimmeln bist so langsam. Ist es überhaupt ein Stofftier oder ist es so ein aufblasbares Ding, wie so eine aufblasbare Banane? Keine Ahnung. Und es ist mir auch ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse den Alligator einfach Alligator sein. Nehme den Sperr mit und... Oh. Geh zurück ins Wasser. Geht es eigentlich mal aus dem Wasser raus? Nee, wir müssen natürlich unten entlang gehen. Da noch ein bisschen was im Kühlschrank. Ähm. Wasser. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Total. Und ich baue ihn auch direkt, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch ein paar mehr Alligatoren auf mich warten. Er ist halt auch die perfekte Ecke. Niedrige Decke, man fühlt sich hier schon bedrängt und dann kommt da noch so ein Ding aufgetaucht. Ich meine, zum Ausweichen macht es keinen großen Unterschied. Dann, wenn er mich mal beißen will und ich nicht mehr rechtzeitig den Sperr auspackt, dann ist es auch egal, ob ich hier bin oder hier draußen. What? Du, ich auch. Ich komme gleich rüber. Vielleicht auch nicht. Ich umgehe dich. Wahrscheinlich. Da geht gar nichts. Ich muss wahrscheinlich darüber, wo das Licht brennt. Das ist meistens so der Anhaltspunkt. Okay, hier geht es zumindest weiter. Hier waren Leute und haben Licht aktiviert. Damals. Irgendwann. Vorgestern vielleicht. Ich arbeite mich mal langsam an der Außenseite entlang. Oh. Oh, okay. Probiert man das Ding eine Sekunde aus den Augen, plötzlich ist er vor einem. Solange ich einen Sperr dabei habe, ist mir das relativ egal, aber... Jetzt wird es knapp. Ah, okay. Jetzt habe ich wieder einen. Ist auch schön, dass jeder Ast, selbst wenn er auf dem Bild total seltsam aussieht, perfekt, straight, hart genug für einen Sperr ist. Für einen Wurfsperr, der auch dann schwer genug ist, um einen verdammten Alligator zu durchdringen. Ich möchte ihn vielleicht aufheben. Ich versuche es. Ich hebe ihn dann doch nicht auf, glaube ich. Oder doch. Oder nein. Vielleicht. In deinem Kopf. Halt ihn mal für mich. What? Ich weiß nicht so ganz, was, 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 was? Pfahlbombe. Boden legen und zünden. Klingt gut. Kann man sicherlich gut. Nicht unbedingt gegen die Gegner vielleicht, aber... gegen die anderen modrigen Gesellen, die am rumwanken sind, wenn die mal mehr auf einem Haufen sind. Vielleicht keine schlechte Idee, das Ding auszupacken. Und nicht jeden Einsen mit den Fäusten K.O. schlagen zu müssen. Was ist denn hier eigentlich? Oh, fuck. Mein Tod. Oh, Gott. The Bait. Da habe ich den Köder gefressen. Verdammte Scheiße. Okay. In dem Kühlschrank ist wahrscheinlich nicht mal irgendwas drin, was ich gebrauchen kann. Das war ein nutzloser Tod. Na gut. Dann gehen wir nochmal da durch. und ich lasse den Kühlschrank einfach links liegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem habe ich keinen Sperr mehr. Also, ich würde ja schon gerne wissen, ob da was drin ist, aber ich habe keinen Sperr und auf dem Weg finde ich auch keinen weiteren Sperr. Außer wenn ich es jetzt schaffe, vielleicht einzummen. Da ist noch einer. Den kannte ich noch nicht. Da geht er hin. Der ist schwer. Brauchen wir schon eine gute Route hier durch den Bereich durch, um am Ende noch einen Sperr übrig zu haben. Ich will auf jeden Fall das Zeug, was da oben drin ist. Ich meine, dann kann ich den hier eigentlich lassen. Ich würde theoretisch auch direkt straight darüber gehen, denn... Da weiß ich, dass nur einer sitzt. Schwimmt. Wie auch immer. Raus aus diesem Scheiß. Fehlen nur Piranhas. Ohne Scheiß. Gewässern, denen da noch Piranhas unterwegs sind. Die die Eier abbeißen auf dem Weg, aber dich ansonsten intakt lassen als Mann, bis auf deine Eier, was schwierig ist für einen Mann, die zu verlieren. Vor allem abgebissen zu kriegen. Verlieren kannst du nicht wirklich. Der Beutel ist relativ gut zu. Die rollen nicht einfach raus. Piranhas finden Weg. Deine Hoden. Wenn sie wollen. Die fragen nicht mal. Und die wollen auch meistens, weil sie meistens im Blutrausch sind. Deswegen würde ich meinen Hoden Sack nicht wirklich in Gewässer dippen, in denen ich nicht weiß, was wirklich drin ist. Da ist doch eine Fallbombe. Soll ich irgendwas ablegen? Ich habe so einen großen Inventar. Ich finde nicht mal genug Zeug, um irgendwie Platzprobleme zu kriegen. Ich habe so wenig. Ich habe nicht mal Platzprobleme. Das ist das Problem, das man haben kann, wenn man in Sümpfen lebt. Maden nehmen nicht so viel Platz weg. Da gibt es nichts mehr außer keinen Ausblick. Reicht mir, um nicht mehr länger hierbleiben zu wollen. Okay. Was ist denn für eine Fontäne? Das ist doch mal ein Bereich. Komplett mit mir als Suppenbeilage. Ah, halt. Vergehe ich dann. Direkt wieder hoch. Gar nicht als Länge hier unten bleiben. So wie es aussieht. So rutschig wird es, falle ich hier wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal runter, ohne es haben zu wollen. Das ist ein Kettemann, mit der ich dich durch den Dreck ziehen werde, wenn du nicht die Klappe hältst. Oh. Genau dich meine ich. Jetzt werde ich es kommen sehen. Kleine, flinke Fäustchen. Oh, wie geil wäre es jetzt einfach, den Typen da runterzutreten. Und zuzuschauen, wie von dem verdammten Alligator gefressen wird. Vielleicht selbst Alligatoren haben irgendwie Anstand, aber... Oh. Mehr als die beiden auf jeden Fall. Okay. Wisst ihr was? Ich sollte mich... Oh, shit. Nicht wirklich in die Ecke drängen lassen. Oh. Okay. Warte mal, was? Kommen die denn alle her? Kommen die denn alle her? Der Typ von draußen ist auch noch... War der nicht tot? Was ist da gerade eben passiert? Tragische Dinge. Oh gut. Prügele ich dich halt auch noch. Nochmal. Weiter. Länger. Härter. Entschlossener letztendlich, weil ich genau weiß, dass du sonst wieder von hinten kommst und mich ins Knie ficken wirst. Oder in die Kniekehle von hinten, je nachdem. Ich drehe dir mal ja vor das Bein rum. Positioniert ist korrekt. Ich lege noch ein Kissen drunter. Was mir Spaß macht. So eine bist du da, oder? Nimm erst mal hin, was ich dir gebe. Und sterb dann bitte endgültig. Ich habe keine Ahnung. Ist der... Ich habe doch seinen Kopf platzen sehen. Weiß auch nicht. Von da oben irgendeiner? Da kommt nochmal einer. Okay, das war gar nicht der. Das war ein neuer. Oh, komm schon. Warum falle eigentlich immer ich? Wo ist denn? Ich müsste ein Alligator hin. Der hat es zum Glück nicht gemerkt. Oh, shit. Oder doch. Geklang, als hat er es doch bemerkt. Wäre nicht so wirklich erfreut. Jetzt haben wir das Geheimnis gelöst. Es sind vier Gegner. Nicht irgendwie zwei und ein Magier. Noch fertig machen. Okay. Der kam dann wieder zurück aus dem Boden. Oder auch immer. Wenn er einen kleinen Moment Pause gemacht hat. heilige Scheiße. Die Beine brauchst du auch nicht mehr. Es war zwei Down davon. wieder auf. Das war nicht mal irgendwie ein Fleck am Boden. Oder habe ich die Pfütze komplett übersehen gerade? Bullshitter. lasst, lasst euch nicht in Hinterhälte führen. Das ist so eine allgemeine Lebensweisheit, die man mitnehmen sollte. Aber vor allem nicht in den Sümpfen von Louisiana. irgendwie Lakritz-Monten, der irgendwelche Gassen führen will, weil er gemerkt hat, dass du Deutscher bist. Und er sagt, Deutsche lieben LSD. Das ist so ein Ding. Ecstasy. Sorry, Ecstasy war es. Wahre Geschichte. Als ich zum ersten Mal in Holland war. Als mich der Kollege in die Gasse gezogen hat und gemeint hat, German people like Ecstasy. Und er hat es weniger als Frage gestellt, sondern eigentlich mehr mit dem Ausrufezeichen hinten. Ich habe trotzdem mit Nein geantwortet und bin weitergegangen. In den Sümpfen, das ist um einiges. Die lassen sich nicht auf den Nein ein. Oh. Da bist du. Das ist schon ein bisschen scary, wenn du irgendwie einen Sumpf droppst und du hörst irgendwo einen Alligator auftauchen. Aber du siehst ihn nicht. Du hast immerhin gehört, dass er aufgetaucht ist. Wäre ja noch schlimmer, wenn sie irgendwie unter Wasser ankommen könnten und dich dann einfach runterziehen. Wie eben Alligatoren in Wirklichkeit. Das machen die zum Glück nicht. Fair play. Fair play. Und apropos. Ich gleich hier. Ich gebe dir eine zweite Chance. Wenn ich hier nochmal runterfallen, mich wieder anpisse, dann kriegst du nämlich einen Sperr ins Gesicht. Oh, hi. Oh, shit. Sollte, glaube ich... Das war ja eigentlich mehr wie eine Nadel in ein Nadelkissen zu führen, als einen großen Sperrwurf. Hat funktioniert. Alles, was nötig ist. Oh. What? Sorry. Ich habe nicht gesehen, dass ihr gerade ein Meeting habt. Noch einer davon. Was ist denn los mit diesen Vierbeinern? An die Wand pinnen? Das finde ich ein bisschen schade, dass du die Gegner nicht an die Wand pinnen kannst. Das ist ein Pain-Killer mäßig. Wie damals mit einem Pflockwerfer. Das ist eine der besten Waffen in einem Ego-Shooter. Das ist ein verdammter Pflockwerfer. War erstmal köstliches Krebsfleisch in mich reindrücken. Ich weiß nicht, wie es die Risse auf meinem Arm heilt, aber keine weiteren Fragen. Es funktioniert einfach. Das ist einfach eine besondere Art von Krebs. Das klingt falsch. Mensch. Also Pflockwerfer wäre nice, aber ich muss erstmal mit den Wurfsperren Vorlieb nehmen. Scheinen ja auch durchschlagend genug zu sein. Respektabel. Mit einem verdammten schweren Alligator einfach rumzulegen. Hi. Der hat auch irgendwie gewartet, weil ich gemerkt habe, dass er da ist. Wollte es nicht zu gruselig rüberkommen. Irgendwie von hinten die Hand auf die Schulter. Oder andere Dinge auf die Schulter legen. Verwerfliche Dinge. Das ist nett von dir. Ich mache es kurz und schmerzhaft. X marks the spot. Ich meine, ich habe auch nicht wirklich gar viel Möglichkeit, außer hier durch den Sumpf zu warten. Deswegen nutze ich den Weg. Weg in Anführungszeichen, den wir geben. Einige Atom? Oder was genau? Das ist echt ein bisschen eng, um gegen die Kollegen zu kämpfen. Ich habe eine Idee. Warum benutzen wir nicht einfach mal unsere Pfahlbombe? Hinlegen und zünden. Ey, ist echt so einfach. Der Wahnsinn. Das kann ja jeder. Unglaublich, Bob. Wenn sie jetzt anrufen, kriegen sie 34 Pfahlbomben zum Preis von 27. Rechne nach. Das macht Sinn. Shit. Galt dieses mir oder hat er Dinge gesehen? In der Ferne? Auf seinem Handy? Das weiß ich. Das war Kiten. Kiten den Kollegen. Oh, so einer. Ciao. Ich habe halt auch viele Sperre mittlerweile. Sieben Wurfsperre. Ich glaube, davon kann ich nicht genug haben. Zack. Oh, nice. Der Finisher. Chance gibt es nicht oft, aber wenn sie da ist, ist sie... Ach, fuck. Ich glaube, ich gehe mal dran vorbei. Nutze ein bisschen den Platz hier und... Nutze einfach mal die Menge der verhandelten Wurfsperre, die ich... Hab was? Wirst du dich nicht interessiert? Das ist frech. Du willst mir sagen, das Ding ist härter im Nehmen als ein Alligator. Das heißt, ich könnte einen Alligator theoretisch durch... ...6 Faustschläge töten. Das ist das, was du mir gerade erzählen willst. Denn... Wenn du mir nicht den Kopf abbeißen würde, müsste das... ...theoretisch funktionieren. Wenn der Typ den Speer aushält. Die Oberfläche sollte nicht wirklich härter sein. Zum Gegenteil. Matschige Mango. Matschige Mango. Das ist genau die Konsistenz, die ich mir immer noch vorstelle bei den Gegnern. Und wir sind durch, wie es aussieht. Durch diesen komischen Bereich. Hier ist noch eine Boxerpuppe. Ich speichere. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Freut euch auf eine neue, spannende Folge. Resident Evil 7. End of Zoe. Ich hoffe, wir finden die beiden beim nächsten Mal. Und wir können endlich abrechnen mit ihm, dass er nicht wieder seinen Kopf einfach nehmen kann und aufsetzen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.